Stand, 10. Januar 2018, Lesedauer, 2 Minuten Quelle, DPA, AFP Archiv, Oliver Dietze, erneut Zehntausende Beschäftigte landesweit im Warnstreik vor der nächsten Tarifrunde für einen Teil der Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie hat die Gewerkschaft IG Metall den Druck auf die Arbeitgeber erhöht. Sollte der Arbeitgeberverband Gesamtmetall bis Ende Januar nicht einlenken, werde es eine weitere Steigerung der bereits begonnenen Warnstreiks geben, sagte IG Metall-Chef Jörg Hoffmann, der Passauer Neuen Presse vom Mittwoch. Erneut beteiligten sich landesweit Zehntausende Beschäftigte an den Ausständen. In Böblingen sollten am Donnerstag die Tarifverhandlungen für die über 900.000 Beschäftigten der Branche in Baden-Württemberg fortgesetzt werden. Die IG Metall fordert neben 6% mehr Lohn auch das Recht auf eine befristete 28-Stunden-Woche, teilweise mit Lohnzuschlägen. Diese sehen die Arbeitgeber aber als rechtswidrig an, weil sie eine Ungleichbehandlung gegenüber Beschäftigten, die bereits in Teilzeit sind, bedeuteten. In den ersten beiden Verhandlungsrunden boten die Arbeitgeber statt der von der Gewerkschaft geforderten 6% 2% mehr Lohn. Sie fordern zudem, mehr Beschäftigte länger als 35 Stunden einsetzen zu dürfen. Sollte es kein Entgegenkommen geben, dann sehen wir, ob es Sinn macht, weiter zu verhandeln, ob es dannstägige Warnstreiks geben wird oder gleich die Urabstimmung über Flächenstreiks, warnte Hofmann. Den Arbeitgebern warf der IG Metall-Chef eine Angstkampagne vor, weil diese die Gewerkschaftsforderung nach Zuschüssen für Beschäftigte, die zur Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen ihre Arbeitszeit reduzieren, als illegal bezeichnet hatten. Bei gesellschaftlich wichtigen Aufgaben wie Gesundheit, Erziehung und Pflege seien die Arbeitgeber in der Verantwortung, sagt der Hofmann der Passauer Neuen Presse. Sie scheuen sich davor anzuerkennen, dass Eigentum verpflichtet. Laut Hofmann legen die Kosten der Gewerkschaftsforderungen für die Arbeitgeber in etwa bei einem Prozent der Lohnkosten. Linken-Chef Bernd Riexinger begrüßte den Druck der IG Metall auf die Arbeitgeber. Die Auftragsbücher sind voll, die Unternehmen fahren glänzende Gewinne ein, erklärte er. Trotzdem schalteten die Arbeitgeber auf stur und rückten sich vor ihrer gesellschaftlichen Verantwortung. Er hoffelt, dass die Streiks die Arbeitgeber schnell zur Vernunft bringen werden, erklärte Riexinger. Die IG Metall hatte am Montag mit Warnstreiks begonnen, die auch Mittwoch fortgesetzt wurden. Allein in Nordrhein-Westfalen legten fast 26.000 Beschäftigte zeitweise die Arbeit nieder. In Baden-Württemberg, wo am Donnerstag weiter verhandelt wird, waren es 16.000 Menschen, wie die Gewerkschaft mitteilte. Auch aus Berlin, Brandenburg und Sachsen wurde eine rege Beteiligung gemeldet. Am Donnerstag sollen die Aktionen in einer Reihe von Ländern fortgesetzt werden. Die IG Metall fordert die 28-Stunden-Woche und ein deutliches Lohnplus. Die Arbeitgeber reagieren emotional wie selten, zumal die Gewerkschafter mit einer nie zuvor erprobten Streitmethode drohen. Jetzt endet die Friedenspflicht. Die IG Metall beharrt auf ihrer Forderung nach der 28-Stunden-Woche und darauf, dass es für den dafür geringeren Lohn einen finanziellen Ausgleich gibt. Das kommt für die Arbeitgeber nicht in Frage. Sie berufen sich auf ein Grundprinzip. Bei der geplanten Fusion mit Tatar-Stil drängt Thyssenkrupp auf eine Entscheidung. Konzern-Chef Hiesinger sitzen neben Betriebsräten und Gewerkschaften auch Investoren im Nacken. Die Hütte brennt, gibt es einen Ausweg nach monatelangem Streit kann Thyssenkrupp die Fusion seiner Stahlsparte mit Tatar in Angriff nehmen. Für die Arbeitnehmer soll es weitreichende Standort- und Beschäftigungszusagen geben.